Was glaubt ihr hat das Outfit von Kim Kardashian gekostet? Kim ist bekannt für ihre extravaganten Looks und ihren sexy Fashion Style. Diesen Look hat sie am zweiten Tag bei Coachella getragen. Voll mein Ding. Hätte ich gerne genau so. Okay, lasst checken, was sie anhat. Vielleicht kann ich es mir ja leisten. Ich glaube nicht. Let's go. One-Shoulder-Crop-Top von Rick Owens für 520 Dollar. Passender Rock dazu für 340 Dollar. Mini-Swipe-Bag von Coperni für 590 Dollar. Übelst hotte Lace-Up-Sandals von Manolo Blahnik für 780 Dollar. Ich meine, gib dir das. Einfach Over-Nee-Laces. Ich möchte dieses Outfit. Und am meisten feiere ich ihre Shades. Aber ich weiß einfach nicht, woher die sind. Man findet nix. I miss it. Falls es einer von euch weiß, bitte haut es in die Kommentare. Macht ein Outfit im Gesamtwert von 2230 Dollar. Und seid ehrlich, habt ihr richtig geschätzt? Wer findet diese Brille für mich?